um servus leute willkommen zur Folge 3 von Let's Play League of Legends nachdem wir letzte Mal eine kranziose Partie hingelegt haben GG's in Render 20 hättet ihr gerne gehabt nach 18 Minuten haben wir sie vernichtet ich fand das saulustig, Leute, ganz ehrlich so könnte doch jede Partie laufen du warst der Beste ja, ich auch mich wundert es, dass ihr mich nicht fürs Feeden reportet habt ich war da, als ihr abgeschoben habt wer sagt ihr, dass wir es nicht haben ja, vielleicht haben wir das oh mein Gott, ach deswegen wurde ich da von Riot angeschrieben ab morgen moderiere ich dann, weil du geantwortet ja, genau ich übernehme den Moderationen ja, mein Pool hat leider geboren, weil er einmal gestorben ist nicht sein Account wurde daraufhin permanent gelöscht das war nicht lustig Rett! äh! Junge! wir sind Team Blue ach so, ich dachte wir beim Bot-Side, West Side ist die beste! ich wollte eigentlich sagen, dass du beim Red anfangen sollst ja ich fang immer beim Blue an, weil ich einfach meine Mangel nicht saue nee, es geht nur darum, dass du dann top ganken kannst als erstes und dass du von der Bot-Side einen besseren Pool kriegst, weil ich helfe dir aus der Mitte nicht aus dem Weg also also weil ich dann Farm und XP vermisse, eventuell ja ah gut, würde ich sagen, dann machen wir das in der nächsten Partie in der nächsten Partie und dann machen wir das in der nächsten Partie also Leute, Grohl-Ankündigung, in Folge 4 seht ihr, wie ich Raps anfange Freude euch drauf! aber ich bin mal ganz kurz nach einem Konfi, ich bin in der Minute wieder da ok was ist wir sehen die Zeit ich bin vorhin dafür aber wegen dafür sich trotzdem die Konfi aufgelöst ist das gut ach, kleiner Umblick bitte was ein Bob allerdings der Hund und dann kommt jetzt nicht mehr rein und es ist ja ein skandioses Windows 8 ich hab gehört, es war die beste Erfindung seit der Erfindung des Toastboden da kackt nämlich zum Teil EPC ab er war aber auch Windows 8 naja und bist du damit zufrieden? ich war nicht so, das muss man so Windows 7, das ist noch so einigermaßen Windows XP fand ich persönlich am besten, das war nicht so überladen kann ich leider nicht mehr ich na ne, ich denke mal Microsoft hat mal wieder um das Image so ein bisschen noch zu retten irgendwas machen, was halbzeit geht ja was? Hacker geht ab, 2-0 was? das ist ja der Hund und ich geh jetzt mal in die Mitte go 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 power rangers was? der hat auch keinen Schaden, der springt auf mich lass mich bitte, ich hab den Ignite drauf schön was? wieso, warum hab ich den jetzt bekommen? reddorf macht nix, reddorf kannst nix dafür alles gut danke dir sorry dafür darfst mich mal wieder reporten ich geh mal auf die Top nehmen ja, bist du klar und Jenna kommt nicht in die Konfi rein ich vermisse Jenna ich auch da ist nicht mehr da, der scheiß bei dem oh 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 nee, ich hab mal ein Flash umsonst rausgehauen das ist bitter verdammt Jenna sie ist schuld Jenna hört mich guckt der eigentlich für mich ein? wer ich? ja du du und Lauren manchmal selten eher nicht ja da gibt's auch immer das Familienopfer äh Megan im Prinzip wenn irgendwas schief geht ist sie schuld und das hat äh unsere Jenna Jenna ist unsere Mech ja ist ja nett nur realistisch die 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 also ich muss sagen mit 30 Spielern pro Sekunde ist nicht so übermäßig flüssig wieso hast du sie denn? ja ich hab eigentlich äh bei FRAPS 30 Bilder eingegeben allerdings das Spiel läuft mit 60 Bildern permanent aus irgendwelchen Gründen ohne Deckelung und es geht auch nicht runter ich glaub normalerweise die Grafikkarte würden mehr packen ich hab keine Ahnung auch 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 das ist gar nicht lustig aber ich hab drei mal gepinkt und einmal gewagt aber ich hab nicht gehört was machen wir jetzt zu bleiben ja zu dritt hier ich glaub Sett glaubt trotzdem auf der Botlane wer war die doch hier oder? na ich pushe oder so halte den mal da ich weiß nicht ob er jetzt wieder weg ist also man sieht ihn nicht mehr ok also er ist wieder in der Mitte Jop ist alles ganz gut gerade wieder weitest du mal weg gehen dann hast du aber so kanns gehen also Sett geht ja back so sei es und Nami macht Sett Sett nicht mehr aber weiß nicht wo die Hände ich geh nochmal die Toplane und diesmal kriegen man das kann man auch nicht kann man auch noch nicht einladen weil sonst müsste ich wieder besser sehen und die Aufnahmen unterbrechen hab ich eben schon einmal gemacht und die kommen die aufzumachen wir können sie glaub ich gar nicht einladen warum nicht? na das kann doch nur der kann vielleicht auch anrufen klicken irgendwie was er aber gewollt hat ja das bedeutet Netz selber ist ja schon ja das passt halt neben die Hände dran so rum wird Oh Gott ich habe fast schon wieder den Kill Cloud haha Oh nicht das ist immer wenn ich gerade dabei bin anzugreifen dann muss ich den Angriff mittendrin abbrechen weil ich den sonst holen würde wie sieht es aus? brauchst du Blumen? ich hab den Gegner aus mit Ulti gesnipet kannst du nehmen gut gut? sollte Lobes hin denn hören eigentlich war es gut, wenn du Bloober fasst ja das ist gut, weil ich nicht gut bin oh bitch lass den Bloober stehen bitte lass den Bloober stehen und the bitches schön sehr schön also wir sind zwei Schwierigkeiten die ganzen Selbstläufer übrigens aber diesmal kann er auch gerade das ist gut das heißt man hat eigentlich relativ faire Bedingungen aber ich weiß nicht, dass im Matchmaking System ich könnte mich jedes Mal drüber aufregen das ist total blödsinnig einfach ich bin unranked ich komme zum Teil mit Platinspielern ins Team und gegen Platinspielern mit 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 unter mit 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 doch nix und und nun nur komm wir holen uns das set naja der geht weg warte wo er rankommt ich glaub da hat er gewohnt auf der seite schade macht nix ich geh oben rum das ein alter also das war nice dann gibt man einen fixen ja hier botlen Dekker vorsicht wie von hinten was was ist denn oder Dekker sitzt da nieder ach verdammt ich bin mir sicher Dekker holt sich den vor allem Markus hat einfach den Anruf halten können ich glaub das hätte ja obwohl er die Konferenz aufgemacht hat gereicht oder ja klar muss noch mal ran hier ja ich komme ich muss nur noch mal fahren damit ich fast level 8 habe ich kann tanken komm wir machen die Tower nein nicht 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 habt ihr wie 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 oh mein Gott hat nicht gereicht schade wenn ich nicht sage dann machst du das jetzt erst recht nicht der dritte ach das passt schon das ist ganz easy 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 halt klar hast du das gesehen ach 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 nö ah dieses Lack ne es war kein Lack das war einfach na wir sind in Richtung euch unterwegs irgendwie das ging haarscharf an dem vorbei eben das ging haarscharf an dem vorbei eben das ging haarscharf an dem vorbei eben ok ok und obwohl nein es wird knapp es wird knapp es wird knapp es wird sehr sehr knapp scheiße ne vorsichtig vorsnates hmmm was ist denn jetzt wo ist er scheiße ich wollte ihn auch holen meinen nächsten Bluboff sollte ich jetzt nehmen vom Gut. So, die blue ist wieder da. Oh, Mitte. So, jetzt noch in der Mitte, da? Ja. Oh, die... Die, du meinst nicht zu füsten, aber das ist so ungeheb. Oh, hoppalam. Ach, ich versammel immer meine Ulti. Egal wie lange ich den Jump spiele, ich versammel die Ulti immer noch. Jetzt kann man mal Tower machen und dann Blubber. Gut, alles Glamm. Lalalalalalalalalalalalalalalala. Hohohohoho. Das ist auch weh es einfach. Also die Lucien ist schon ziemlich übel für dich. Wollen wir denn noch den nächsten Power durchpushen? Nee. Lieber ein Blubber. Ist er da schon? Nein, ist er nicht. Gut. Ich roll schon mal vorwärts. Marok. 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 Ich glaube, nach dem Video werde ich dann auch erstmal anfangen zu schneiden. Ich muss mal zusammenziehen. Set, komm runter. Set, komm runter. Los, 3-4-0-1-Hacker. Ah nein, das war dumm. Oh, das war der Power. Das war wirklich gut für mich. Das war schon mal etwas zu lang. Das war ganz gut. Der Timo darf mich nicht angreifen, der Stahl. Warum den Teil macht? Verdammt. 1, 1 und dann ist auch einer auf Stau. Hast du überlebt, Lara? Ja. Gut, sehr gut. Vorsichtig. Soll ich in die Mitte kommen? Oder kann ich noch The Red machen? Kannst du bleiben. Ich hab den Computer nochmal aufgemacht. Ah, ich kann nur schreiben. Ich hab keine Ahnung, was die da tun. Was ist denn die tun? Hä, aber die bewegen sich da zu kommen von da unten. Hat da auch noch ein Wort rein, bitte. Gib dir selber Schild, bevor du da reinläufst. Äh, da ist es nicht. Wir schilden mal den Renekton. Oder wir gehen einfach rum. Da kommt die Wien. Wollen wir es uns? Na, ich weiß nicht. Okay, komm. Wollen wir, glaube ich, nicht. Jetzt bilden wir sie da gut. Hä, 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 hä. Äffern. Wollen wir mal den System haben. Der hat ja schon wieder Flash-Dinami. Macht ja nix. Gehen wir ja trotzdem. Natürlich. Komm, komm, komm. Ach, nö, ich hab's voll auf mich gezogen. Dafür will ich ein System haben. Ich hab so vorher die ganze Zeit... Taka muss überleben. Nein, Taka stimmt. WTF, Taka. Pokeball. Komm, poke sie all. Oh. Der ist so schlecht. All was ich auch du, Pokeball. Die sind irgendwie so gemein schlecht. Warum? Der Taka gut ist. Ja, jetzt sagen sie Troll-Game, weil sie zu schlecht sind, richtig zu schlecht. Komm, mitte durch. You're a combat. Okay. Pfff. 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 es wird jetzt auch noch gehen aber trotzdem ich glaube wir sollen uns mal zurückziehen aber der ist auch wie ja jetzt kommen sie nämlich alles an ich weiß doch was ich tue sagt man das schon immer ich bin schon groß ich bin die einzige die noch nicht gestorben ich bin schon stolz auf dich dankeschön was ist bei ich bin enttäuscht von uns dass wir nicht vor 20 Perfekt gut So schlecht waren die nun auch nie Nein Oh, ich will nochmal draufschlagen Die sind gerade ein bisschen am rotieren, hab ich gefühlt Oh, 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 Asch mit dir Nein Hä? Wie konnte ich das überleben? Ich konnte auch noch halten Also, wenn einer als Tänk weggeht, dann geht die Frise Nein Alter Keine Ahnung Ich bin mal weg Das war zu risky So, ich will sagen, an der Stelle Ich will endlich mal die Folge Auf Wiedersehen Ich bin hier Ich bin hier Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018